hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge von ich habe eine blume ja das übliche wir bomben uns bisschen zeugs um die ohren und schreien uns an weil wir uns hassen und ja ich hasse euch ich hasse bomben ja also ein kleines bisschen bomben juhu lang ich weiß nicht ob es euch gerade direkt aufgefallen ist nämlich wird jetzt gezeigt wie gut die verbindung ist zwischen den spielern wenn du gerade ja ja du hattest du hattest drei striche wie viel gibt es was ich glaubt 4 84 also drei striche ja also ein bisschen anders kann das sein ja ich kann ja eh gleich mal ein bisschen vorlesen was da alles an patches es gab ja inzwischen ein pitch und es darauf habe ich euch hier auf die maßnahmen gemacht da gab es ja was und ja das hat sich tatsächlich was getan und das lese ich gleich vor in aller ruhe ich muss mich ja hier konzentrieren das hat eine konkurrenz denken hier konkurrenz denken ich kann nicht mehr so wichtig in diesem spiel zu gewinnen ja natürlich geht es geht um ich habe den sarkasmus hat mich zu ende gebracht weil ich nicht alles wie ich ihn wenden sollte was ist so schnell und jetzt hat das ist das augen 반 primitive was dazu direkt hast ohne dass du unseren familie ist das wahnsinn ich habe nur einen menschen auf der ganzen werte der den story modus gespielt hat er hat sich dann auch umgebracht. Ich habe mich selbst umgebracht. Cool. Ich habe den Story-Modus gespielt. Ja, ich habe mich selbst umgebracht, weil ich es doch... Oh, 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 oh. Ja, 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 komm, pinke Bulette. Ah, fuck. Da, komm, komm. Ich muss auf mich aufpassen in dem Moment. Alle. Ich bin ruhig mal zerlegen, mein lieben Rekurs. Niemals. Doch, doch, ich finde schon, das wäre fair. Sehr sozial von dir, wenn du stirbst. Oh Gott. Alter, da war nichts zu machen. Und dann hat es nicht mal für mich gezählt. Ja, das war ja deine Bombe. Ja, das stimmt. Du hast mich nur paralysiert mit deiner Bombe. Paralysiert? Derjenige, der irgendwie abstaubt, wenn wir uns bekriegen. Ist okay, ist okay. Ich habe versucht, aktiv zu töten, aber es hat nicht funktioniert. Nee. Das stimmt. Ach, schön. Ach, das ist so ein Gute-Laune-Spiel wieder. Ja, das ist mir das so schön entspannt. Dann kann man extra mal abschalten. Muss man sich nicht konzentrieren oder so. Abschalten würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein Gute-Laune-Spiel. Also, was wir tun, kann ich noch mehr abschalten als hier, aber... Oh nein, das ist das ultimative Chiller-Spiel. Hast du gut gemacht, Rekurs. Ich bin sehr stolz auf dich. Ohne Mist. Ach, gelegt, hör auf. Ich lüg doch nicht. Nur Lava-Schalter. Das ist so ein blöder Penner. Bin ich tot. Nee. Also, das nutze ich gleich schamlos. Aber das Moment. Oh, schade. Was funktioniert? Ach, ey, dieser. Hast du ihn so sehr. Jetzt muss ich ihn töten. Jetzt sollten wir Revenge ausstellen. Das ist ein bisschen scheiße. Nee, ich finde das... What? Hä? War das dein Gesamt? Ja, war meine, glaube ich. Nee, das war meine. Nee, aber... Das muss bei Zellers gewesen sein. Schraub mich nur, wie er kam. Ja, das war ich. Das war ich. Die Explosion war zu groß für den Revenge-Wagen. Ja, ich habe die Spielmechanik begriffen. Ich weiß, wie das geht hier. Wie was geht? Wie der Boxhandschuh funktioniert zum Beispiel. Ich spiele das jeden Tag in einem Geschäft. Ja, das weiß ich ja auch, wie der Boxhandschuh funktioniert. Das habe ich euch doch erklärt in der letzten Aufnahme. Ja, aber wie er richtig funktioniert. Oh, was zu stehen. Wie er richtig funktioniert. What the fuck? Hihihihi. Touché. Alle gegen die Frauen. Also du kannst nämlich mit dem Boxhandschuh kannst du die Bomben auch über den Rand hinaus ausboxen. Natürlich, weißt du, das habe ich doch vorhin abgemacht. Ja, und das habe ich gemacht. Und damit bist du nur gestorben. Ja, du hast aber meine Items. Ich habe aber gerade gleich zwei bekommen von zwei Seiten irgendwie. Deswegen bin ich ja gestorben. Ja, weil der andere hat es ja geworfen von der anderen Seite. Ja, ja. Wir haben uns abgesprochen. Instinktiv. Nein, Steuerhagen. Oh Gott. Nein, Steuerhagen. Gerade Todeskonstellieren, weil Rikos es wieder auf mich hat. Ja, jetzt. Ich habe mir ein paar Upgrades. 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 Ich bin damit am Upgrade. Jetzt muss ich mich auch. Jetzt muss ich mich konzentrieren, Alter. Äh, Boxhandschuh. Gib Zellos. Äh, nix. Ja, geh weg. Alle sind ruhig. Und Todeskonstellieren. Das ist echt, echt. No, no, no. Das ist alles Commentary heute. Ja, ja. Oh, wir schießen noch Commentary hier. Boah, ist der schnell, Alter. Das ist ja übel. Ja. Und jetzt ist deine Bombe reingerannt. Was war mein Ziel? Ich wollte dich in Zellos berühren. Ich war zu riskant. Oh, wolltest du mich berühren? Mhm. Okay. Wer will das nicht? Ich bin wieder damit, das ist so fair. Erst wenn einer von uns die Bomben, das Werftding hat, bist du tot. Ja, tatsächlich. Nichts was selbiger. Leider kriegt keiner das Werftding. Leider? Ja, ich hätte schon wieder alles werfen. Man müsste auch so manche Items so einstellen können, dass das Item öfter kommt. Oh, Werftding. Geiße. Hat man das Fluchding immer jetzt die ganze Zeit oder geht das irgendwann weg? Es geht irgendwann weg. Okay. Oder du berührst jemanden, so wie ich das bei dir gemacht habe. Oh, mein lieber Ferry. Oh. Komisches Viech. Du, 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 du Mädchen. Du Mädchen. Du Mädchen. Könnte der Fluch aber auch allmählich mal für Ende sein. Perfekt. Oh, schade. Ich hätte das auslösen müssen. Er hofft mich zu belästigen. Du bist erster, ich muss dich belästigen. Hörst du auf, Vibe? Nein, ich wollte das. Oh, das war jetzt ein Leck. Ach, komm. Das hatte ich auch. Ich habe mich da auch eingesperrt mit so einem Leck gerade. Hm, sexy. Sexy? Sexy. Ich bin dafür, dass der Rekos jetzt stirbt. Ja, weil er hat mich aus dem Konzept gebracht mit seinem Leck. Mein Leck? Wieso mein Leck? Das war dein Leck. Ich habe echt nichts dafür. Oh, das ist vielleicht nicht loskannend. Nee, nichts. Das kann... Oh, perfekt. Alter, war das gemein. Oh, das war perfekt. Alter. Meine Frechheit. Was ist das aus euch geworden? Das sind keine Menschen mehr. Wir sind Roboter. Das sind gemeingefährliche Bomber. Oh, da bin ich noch reingelaufen. Yes, ich bin zurück. Ich bin so rückus. So rückus. Longus. Oh, das Leck aber gerade wirklich wieder mal richtig nice. Ja, weil irgendeiner wieder nicht schnell genug kurbelt. Auch bei Fast RMX, das habe ich letztens online gespielt, das leckt auch ganz schön krass. Oh ja, tötet euch gegenseitig. Ja, ja, ja. Schade. Wenn der durch ruhig ging, sei sich tötet. Rekos, Rekos tot, oder? Das war's. Ja, das war's. Das war dumm. Das war kaum schaffbar. Das war aber nichts besser machen. Barry. Hast du gut gemacht, Barry. Ich hatte keinen Boxhandschuh. Deswegen ging das nicht. Ja, Barry ist halt ein Genie. Er hat's gut gemacht. So. Yippie. Das ist wahrscheinlich so ein endlich langer Punt, weil Rekos jetzt drei miteinander gewinnt oder so. Oh ja, natürlich. Wäre doch okay. Oh, das war's. Nee, das war's. Nee, das war's. Das ist am Anfang zu unfair, wenn den jemand hat, finde ich. Kann man nicht ausstellen. Gibt's nix ausstellen. Oder gibt's da was zu ausstellen? Ich glaub nicht. Nein, ich bin dumm. Das war nett. Ach. Gott, hier ist wieder partyhard. kranker Irren. Ich hab nichts. Sehr schön. Gut gemacht. Keine Items. Das kannst du nichts machen gegen. Vorbei. Vorbei bei dir, ne? Oh oh. Ja. Oh. Ja. Oh nein, Steuerung. Oh. Hab geht rein. Scheiße, die Steuerung. Aber Schwein muss man auch mal haben. Das war da. Aber hast du gut gemacht, Barry. Barry, du hast es richtig überzeugt, fand ich. Also, das war jetzt richtig schön. Wollen wir noch einen machen? Der Folge, es waren jetzt neun Minuten. Eigentlich reicht es schon fast, oder? Ja, das können wir machen. Ja, mach doch. Eine Folge neun Minuten. Ja, eine geht noch. Komm, wir machen rein. Na gut. Passt schon. Noch mal zu schnell. Ich mach jetzt mal, vielleicht steh ich noch fix um auf zwei Siege. Dann ist es jetzt ein kurzes mit Sicherheit. Ah, ja. Können wir machen. Klar. Vielleicht kann ich dann auch weiter. Warum geht das jetzt hier nicht? Ah ja. Okay. Ich kann ja mal in der Zwischenzeit so halb lesen. Da müsst ihr drauf achten. Seht ihr diese Symbole da? Wie beim Wi-Fi. Mhm. Da habt dieses Gelbe. Ihr habt drei von vier bei mir. Ja. Ihr habt auch drei von vier bei mir. Ja. So, ich lese dir mal vor, was sich alles beim Patch geändert hat. Also, ich muss das erst besitzen und dann sage ich das. Oh, da kommt jemand. Ja, lass den drin. Ist doch egal. Das habe ich gar nicht auf Freunde gemacht. Ja, das dauert aber länger damit. Ach. Sehr ärgerlich. Ja, ist zu spät. Tja, muss ich dann mal machen. War schon. Also, auf jeden Fall. Es gibt vier neue Stages für den Multiplayer. Muss man die kaufen? Ja. Die muss man kaufen, natürlich. Dann. Also, mit Münzen. Mit Ingame-Währung. Ja, ja. Dann zwei neue Serien von Accessories. Also, diese komischen Dinger, die man auf den Kopf tragen kann. Teilweise Grönchen, teilweise Böhmchen. Und. Was ist denn jetzt? Die Framerate. Ja, da kommen Leute dazu. Ich glaube, du musst schneiden. Das ist nervig. Ja, ich mache einen Cut. Mach mal einen Cut. Das ist auch scheiße mit anderen Leuten. Das mache ich dann wieder aus. Alleine wegen der... Uh, cool. Du musst die Charaktereigenschaften unbedingt ausschalten. Jetzt. Ist egal. Weil der hat einen Spezialcharakter, sonst tötet der uns instant. Ja, ich habe keine Ahnung wie. Da gibt es keine Kampfregeln für. Doch. Da stand nix mit Spezialen. Da haben wir jetzt verloren. Nein, der hat auch nix Spezielles. Doch, das ist dieser Magnetbomber. Der kann irgendwas Spezielles. Ja, das ist doch nur wegen der Story, Mann. Alter. Nein, das haben die im Multiplayer auch Zellers. Was? Was du laus. Werdet es gleich sehen. Jo, dann ist es halt so. Dann hören wir wenigstens mal was zeigen bei der Motorbahn Let's Play hier. Ja, eben. Ja gut. Warum nicht? Leg los. Los weiter. Ich habe nichts absichtlich an oder ausgestellt. Aber ich dachte mir schon, das ist wieder mehr leckt jetzt. Das ist schon schwierig, vier Spieler, leicht zeichnet der Typ. Ja, der will mich jetzt wahrscheinlich angreifen. Oh, ich weiß nicht. Schon möglich, ja. Die Strategie haben meine Kollegen auch öfters gebracht, dass sie sich am Anfang selbst getötet haben, nur damit sie dann ankommen an mich. Hä? Du bist durch die Bombe gelaufen. Ich bin das durch die Bombe gewöhnt, von daher kann der mich nicht so leicht tun. Ja, ja, eben. Ich habe mich selbst getötet. Cool. Ja. Besser du ist er. Ja, das ist witzig, wenn der Random gewinnen würde. Weil eigentlich auch das eher scheiße. Kann schon sein. Warte. Warum hat er schon das Wegschiebe-Ding, der Barry? Das ist wie ich. Weil ich gut bin. Ne, du bist ein... Warum? Nicht machen. Warum? Warum bist du nach uns? Warum spinnst du? Warum? Ey, was macht ihr denn hier alle? Das ist doch... Wir haben uns verschworen gegen dich. Ungerechtigkeit. Ja, Boxeratchu geht weg. Ja, Boxeratchu geht weg. Macht euch weg, ihr Lumpen. Ne, wir verfolgen dich jetzt. Ich glaube, so beliebt. Oh ja, und der Barry ist schön langsam. Nein, nein, nein. Boah, das war... Oh, je, 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 je. Oh, du bist unser Ziel. Wir lieben dich. Komm, 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 Rikas, komm. Beweg dich. Nein. Alles klar. Ohne entschieden. Alle tot. Gut, habt euch alle getötet. Sehr schön. Auch gut. Das kümmern wir jetzt. Wollt ihr mit meiner Guerilla-Taktik oder das heißt Rikurs töten? Das hat nicht funktionieren. Und so viel zu tun haben wir noch eine schnelle Runde. Ja. Erstmal drei Minuten gebraucht für den Start und die erste Runde, die keinen Punkt gab. Ja, der Typ bringt sich immer am Anfang selber um. Das finde ich nervig sowas. Ja. Finde ich die Revenge eigentlich, finde ich auch besser, wenn das aus ist irgendwie. Nee, das finde ich schon gut, wenn das an ist, aber nicht, wenn dann jemand reinkommt und die ganze Zeit sich einfach erstmal tötet. Ja, genau, das meine ich ja, weil das am Anfang einfach zu stark ist oder man müsste einfach eine Minute warten, bis man dann was machen kann oder so. Eine Minute. Ja, nur 30 Sekunden. Surreal. Selbst das. Hm, ist ja nur eine Minute, bis es dann ganz weg ist. Also zwei Minuten. Die Runde geht dann eine Minute. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die Sie wahrscheinlich erst nochmal, entweder lassen Sie es dort drinnen oder man überlegt sich es nochmal. Ja. Schreib dich. Äh. Ah. Ich bin auch am Leben hier. Nimm mich. So, mein lieber Rikos. Oh, das finde ich gefährlich. Oh, heck Gott. Ja, ich schaffe es. Ich bin happy. Und ich glaube, es soll man dann ab Herbst zahlen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist wirklich toll. Ich hoffe, der wird besser. Oh, oh. Wow. Ein Sieg. Ja, Rikos, du bist einfach da in der Mitte. Hast du dich hergekauert. Ja, aber ganz ehrlich, warum sollte der Online-Service dann im Herbst besser sein? Ja, gibt es keinen Grund. Wenn es jetzt scheiße ist, ist es dann auch scheiße, ja. Ja, eben. Schon realistisch. Ich finde irgendwie lustig, der macht gerade gar nichts. Egal. Kann ich ja zurück sammeln. Oh, der tötet sich mal zur Abwechslung nicht selber. Wer hat da jetzt eine Bobbe? Rikos. Ähm, was? Das war das nicht. Du, du, du Lump. Du kleiner Lütsch, du. Ja, komm. Weil es ist irgendwie traurig, dass es so leckt. Vor allen Dingen ist es jetzt ja keine grafische. Das kann aber auch an dem Spieler liegen, ne? Das war nämlich vorher nicht so schlimm. Ja, das kann schon sein. Ja, der hat definitiv die Magnetbombe. Habt ihr die oben gesehen? Der hat mich gesehen. Ja, jetzt bin ich tot. Die sucht sich nämlich immer den Spieler. Das ist das, was ich meinte, dass die Sondereigenschaften haben. Deswegen muss man das eigentlich ausstellen, dass die keiner nimmt. Oder dass die Sondereigenschaften nicht drin sind. Ja, das kann man einstellen. Das habe ich auch schon gesehen. Okay. Ihr wollt mir ja nicht glauben. Dann war es ja eh vorbei. Das war eine wunderschöne zweite Runde. Und ich habe jetzt gar nicht vorgesprochen, das war egal. Ich mache beim nächsten Mal. Ja, du kannst mir das nächste Mal weiterlesen. Es sieht aus, als ob es deine Bombe-Technik aufrechnen, Barry. Oh, du. Bin zweiter geworden. Ist bitter, ist bitter. Ich muss es wieder bringen. Wollen wir einen neuen Raum aufmachen dann? Ja, ich mache einen neuen Raum auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bei der nächsten Folge geht es dann hoffentlich ein bisschen leckfreier und noch lustiger weiter. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.